Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at Juliana Jussef wurde mit schwarzen Flecken auf der Haut geboren und deshalb jahrelang gehänselt. Heute ist die 26-Jährige ein gefeierter Instagram-Star. Ein aus ihr ein riesiger schwarzer Fleck überdeckt den Rücken von Juliana Jussef und auch einen großen Teil ihres Bauchs. Viele weitere dieser Flecken sind auf ihren Armen und Beinen verteilt. Die Ukrainerin hat einen sogenannten Pigment-Nevus, bei dem es sich um eine begrenzte, gutartige Fehlbildung der Haut handelt. Oft hat diese Fehlentwicklung eine braune oder schwarze Farbe. Jahrelang wurde die heute 26-Jährige wegen ihrer Flecken gehänselt, sogar als Dermatina, wurde Juliana bezeichnet. Vor allem in ihrer Kindheit musste sie viel durchmachen. Doch heute fühlt sich Juliana sexy und selbstbewusst in ihrer Haut. Sie ist stolz auf ihre Flecken. Auf Instagram zeigt sie sich gerne im Bikini und präsentiert ihren Fans ihre Traumfigur, wollte mich selbst sicher unschön fühlen und das mit Erfolg. Denn mittlerweile ist die Ukrainerin ein gefeierter Instagram-Star. Über 100.000 Fans hat Juliana bereits. Und es werden täglich mehr, ich wollte glücklich und gesund sein, so wie mich selbst sicher unschön fühlen, und genau das ist heute der Fall, schreibt Juliana Youssef. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, WI-L. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfassen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.